ich schieße jetzt auch mit der buffen drauf ich schlade ich schlade ich seh nichts mehr das habe ich ja gesagt ich seh nichts mehr ich rutsche richtig hübsch mit einem anzug ich habe mir auch sehr viel mühe gegeben oh gibt es wieder beteiligungsgebäer nein ich bin voll mit dem geh halt das wichtigste kannst du nicht unendlich viel nehmen das ist eine freche ja da er ist auf jeden Fall ein Typ tot hier gehts weiter Munitionen so habt es genommen ja ich habe so viele Pillen hier liegen ja voll ich habe auch eine mal reingeschmissen jetzt dass ich meine mehr mit einem Münker oh hier sind welche warte mich vor dass ich tanken kann was oh nein ich habe verkackt hatte nicht schießen ich habe gerade der hat geschrien um Hilfe ja ja das klingt sehr danach ja rechts kommt einer der ist nicht gestorben den was da dahinter sind noch zwei die sind links jetzt hinten einer ist zwischen uns na der ist wieder zurück oh je oh je oh je oh je der vor mir den einer hat der ist weg und der dahinter ist auch hin da kommt noch einer ja der ist hin also ich würde den Blündern jetzt ne der atmet da noch ne ich schlitz ihn gerade auf ich habe noch wie viel money ich habe noch vier Schuss ne zwei Schuss habe ich noch also ne immer viel blündert wer mit oder soll ich ne mach ruhig mach ruhig man kann nie genug Fleischfetzen im Rucksack haben ja wenn ich hatte jetzt wirklich Ohrgas oh die da ist noch einer richtig eklig oh ich habe den falschen oh ist er wurscht nein 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 lass mich oh da ist noch einer ja hab ihn hab ihn ich habe ihn jetzt gerade ausgeräumt ich habe ihn ausgeräumt nichts nehmen was da liegt das schmerzt ja oh nein wo war da kommt einer wo 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 da irgendwo da ist er ich habe ihn getasert ich habe es gesehen ja wir haben wieder taser munition bekommen der atmet noch ja kann man blündern der atmet bei mir noch nein jetzt kann ich auch ich habe noch ein paar taser also die taser sind super dann kann der andere einfach draufschlagen ja voll das ding ist ich habe für den nur da ist einer links könnt ihr ihn attackieren ich habe einen Taser da hinten sind wieder ein paar so 1000 aber ein doppelter doppelter kommt rechts ja ich tese ihn und ihr macht ihn auf okay also ich das sind ja voll viele oder ich logge einen am besten wo sind sie ich mach mal Licht ja hier links ist einer komm ok sie wollen nicht jetzt 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 vielleicht mögen die aber auch das Feuer nicht ich glaube ich habe jetzt einen oder ah ja jetzt kommt er jetzt kommt er wartet da kommt rechts auch einer pass auf ich habe ihn ich habe ihn zwar getasert aber es passiert nichts ah da sind zwei von den Bodenläufern da getasert ok wartet da kommt noch einer einer ohne Zähne da noch einer noch einer ja warte mein ganzes Schutzschild ist weg ich war voll Taschenrapplampenvorrichtung collected der hat ne Taschenlampenvorrichtung also wie die Pistole ist das ja der hier hast du kleine ja ja jetzt habe ich ne Taschenlampe drauf auf der ah ich plündere den jetzt da ja ja ich bin eh voll also ich habe das jetzt alles kostet hier war grad so oft die sind eh tausende ja da liegt noch einer da liegt noch einer so ein energy trink rein ja das wäre nicht schlecht ja ich habe bald keine Muni mehr also viel darf ich nicht mehr schießen flinte flinte wäre nicht schlecht stimmt ich habe auch keine Muni mehr ja eh flinte und schrot äh shoot die brauchen wir ja noch so mal gucken ob wir die noch kriegen ta 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 ah hier ist eine Millimeter Ladung gewesen vier vier Millimeter gewesen Gott warum ja Handgranate und Zettel ja die haben Millimeter vier Millimeter wo ist die Muni zu ja bei den zwei Leichen jede Leiche hat eine gehabt oder bei der Leiche und hier hier neben dem hier ist auch eine wo ich stehe direkt war auch eine irgendwo ah ja hier bei der Leiche genau ah ja 10 10 Schuss habe ich noch wo müssen wir da lang ist noch eine Leiche aber die hat leider nix baby das hat sich da durchgestellt oder was ist wieder ein Koffer aber ich glaube da hinten geht es dann weiter ich glaube ich habe zwei erwischt eins nicht eins ist oh es rennt noch sicher sicher da hinten ist noch eins pass auf rechts von dir noch eins das kann man da drauf treten eigentlich das ist tot schrot schrot vielleicht kann man auch die Schuhe hier das wäre super das Ding ist die Höhlen sind zu groß da kannst du leicht was übers ja das stimmt das Zimmer richtig naja das Geld liegt Geld am Boden money 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 ok es ist Wasser hier ist Wasser hier ist Wasser so ich rüste mir mal den Taucheranzug aus und alles ah ich muss mir meine Sachen reinschmeißen Neoprenanzug zack ja ich würde auch ein bisschen was essen und dann was würde ich noch machen der komische Anzug war ich gleich dann leben ok mit dem Anzug jetzt viel schneller ja mit den Flossen ne man ist ultraschnell jetzt ich habe jetzt ja eine Axt achso jetzt ins Wasser geht's jetzt nicht oh oh da sind wieder drei oh 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 ich komme nicht raus aus dem Wasser nein 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 aah ich bin schon mit dem Tank warte 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 ist ein Zaun wieder gerade hier nein ich habe noch einer wie ich kann noch ich habe alle tot ne hinter hinter mir ich tank ihn diesmal ok oh ich habe kein freies Schussfeld ja pass 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 er ist tot er ist hin er ist hin ok ja ausnehmen wieder nehmt es einfach raus ja komm wie schnell die weg geht das tropische Schusschill ja aber besser als ja besser als nix das stimmt seit man das haben verliere ich eigentlich kein Leben Achtung da ist wieder Sonn ist wieder einer da? ja au ja irgendwer hat mich abgeknallt ja jetzt bin ich leer ja jetzt bin ich leer ja jetzt bin ich auch ein Ding da kommt noch einer ja aber der ist schon gut angehittet ja hier im tanken ok ich habe keiner mehr bei mir ruckelt das Spielrad bei mir ruckelt das Spielrad ne ich hoffe ha Alter hört ihr das? ich glaube meine Lampe ist leer dann nimm das Feuerzeug also ich werde ein bisschen ausklauben hier weil ich brauche Schutzschill wieder ahja ich auch ich bin auch leer shit Schatz wir sind nicht hinter dir gell? ja ich weiß ich wollte ja nur mal gucken irgendjemand weint doch da oh nein ich glaube ich habe einfach zu viele in meinen Taschen drin ich habe leider wirklich nicht meine Batterie habe ich keine Batterie mehr? das kann sein ja mir ist kalt da 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 einfach kalt machen wir mal das Fleisch rein, ne? Schutzschild ah und den Nachhahnzug rausziehen ohhhh wo denn? da vorne ist irgendwas, ne? ich bin voll mit Leben und Schutzschild ich gehe vor ja irgendwas springt da am Boden ich sehe es, ja soll ich so Dinger werfen? Babys, Babys ach Babys ich habe keine Molotows mehr wo ist meine Taschenlampe? hier ich ziehe es zurück und baue ja rechts rechtes Atiketten-Baby groß ist auch da also ich komme nicht hin ja, ja, ja alter der hat Maschinengebungser jetzt ist er tot jetzt ist er tot noch ein Baby? oh nein, das ist Baby brennen ok, der Molotow ist nicht schlecht gewesen ach, da ist noch ein Baby irgendwas hat mich pissen hier ich mache ein paar Molotow Cocktails ja da ist noch ein Baby eins habe ich glaube ich ja ja ich mache auch noch ein paar weil ich glaube brauche noch ich habe ja wow was ist das ne was ist das oh die Schaffer hier ist die Schaffer ok ok Schaffer ergattert wirklich? wo? mhm oh Leute gar nicht mehr oh ja oh batmans Höhle wirklich? ja ich komme wie der ganze Leiden schieß mal einer da so ein Seil runter oder? müssen wir da eh runter so ein Seil tschu mal runter gehen oder mit dem Seil ja weiß ich nicht ich glaube eher mit dem Seil oder? batmans Höhle da kommen wir nur ganzen tief entgegen na sag ich doch ne das Feuerzeug gibt superlicht ja das Feuerzeug ich habe fast nur das Feuerzeug ich kann kein Ding schießen ne? ne es muss an also es muss so ein weißer Punkt sein aber es geht nicht aber ich komme hier nicht runter tatsächlich man kommt dann ich glaube auch nicht dass es geht vielleicht geht es da auch gar nicht weiter ne es geht aber ich will das sehen ne man kommt da nicht weiter na warte ich mal so viel runter machen nein es geht nicht es also da ist eine Barriere eine magische ich glaube nicht dass wir da weiter gehen können ich glaube das war wirklich nur wegen der Schaufel aber ich möchte so gerne wissen was dahinter ist aber es ist ja auch Volltum jetzt müssen wir alles essen schaffen andere Höhle andere Höhle vielleicht gibt es einen anderen Weg wir sind da gekommen nein ich glaube das Spiel ist ja auch noch gar nicht fertig ne vielleicht kommt noch was dazu naja ist hier noch kühlen mhm ok geh mal aber das ist echt blöd dass wir das alles dazu können tauchen vor allen Dingen also wenn wir jetzt keinen anderen Weg finden dann müssen wir ja alles zurücktauchen so schön glöss gehabt bis jetzt oh nein ich will nicht zurücktauchen auch ein Anzug ausrüsten aber da hört ihr das? weißt du das? da ist sicher noch ein anderer da ist ne Höhle 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 naja voll das heißt da ach so ist ja krass das siehst du ja sogar also hätte der nicht gestöhnt dann wüsstest du das auch nicht das stimmt ja ja da rechts ist noch einer rechts ist noch einer ah da kommt einer anglaufen Achtung hab ich hab ich irgendwo ah da springt hinter dir ja der hängt fest sehr gut ich glaub von einer Seite ich glaub von einer Seite ich komm es dann hier sind ein paar Boxen die man aufmachen kann da ist hin tausende Boxen hier zum tausende Boxen hier zum sehr tausend weg da Entschuldigung das war nur so ein kleines Geheimversteck oder? ich weiß nicht ich kann mir vorstellen dass man jetzt hier dann auch irgendwo rauskommt damit man eben nicht alles wieder zurück tauchen muss ne das wär ja ultra tragisch ja ich glaub das ist das ist nur so ein kleines Geheimversteck gewesen und das war's ach shit ach shit na gut ich bin müde mal wieder moment ja wir müssen wieder tauchen zurück ja ich bin schon fast k.o das war wirklich geschlittert oder? wir kommen ja nicht mehr zurück keine Ahnung ist das was ich mein? ja ja wir sind runter vielleicht müssen wir hier irgendwie anders tauchen oder oder dort wo wir runter geschlittert sind gibt's auch irgendwo einen Ausgang das kann auch sein geht ja nicht anders nein oh ich hab jetzt nen Mörderleck gehabt sag klar aber ich weiß gar nicht wo ist da krabbelt noch ein Baby ach nö ach nö du bist dann auch immer hin hm schade ich wär so gerne zu dem Gebäude gegangen ja von der einen Seite haben wir das fette Viech gesehen da wollen wir die dieser ja ja das war ja ne andere Höhle ja aber vielleicht hängt das mit denen zusammen mit dem fette Beule da ach so glaubst ja ich glaub schon so kurz wir das ausgeschaut haben hm aber es regnet es regnet aber es regnet hm hm da war man schon keine Ahnung der hat grad aufgemacht der Typ hat da grad aufgemacht der ist ein fetter der hat aufgemacht ich werfe ein C4 der hat ich weiß nicht wo du bist ah der hat uns den Weg aufgemacht oder warte warte jetzt warte jetzt geht's weg ja ey da ist ein Rubbel wieder ich werfe das C4 ich vermute aber das ist gescriptet dass der uns da den Weg aufmacht ah ja na sicher dass wir woanders rauskommen das ist aber cool gemacht das finde ich nice das hat mich geschreckt da sind wieder Babys Alter wollt ihr einen Molo? ah drei Babys auf jeden Fall hier oh mein Gott eins springt da noch bei dir herum ah komm noch eins da oben da oben naja Achtung da weiter mit den Axt hinanden oh nein da sind noch da hinten au Babys weißt da waren schon überall Leute vor uns hm das Fläschlicht von der Pistole ähm braucht Batterien oder was? kann auch sein das ist unendlich da habt ihr es noch gar nichts verwendet ooooh 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 das liegt vor mir am Boden hm was passiert was passiert was passiert was passiert oh Babys oh Babys bei mir waren gar keine Babys wieso sind die jetzt aber bei euch alter die liegt bei einer Waldbeträgsfiecher oh da muss noch wo eins sein da mit euch ja zwei sinds noch das ist keine äh ausdauer mehr ja aber ich bin auch richtig so viele energies kann ich mir gar nicht reinziehen irgendwie das ganz komisch ja mit zieht's äh die Energie oh ich seh grad ich hab noch den Neoprenanzug an ja 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 kann ich den rausziehen ach so so kann ich den anziehen aber eine Fackle mal in die Hand nehmen scheiße boah da wo kommt denn der her wieder jetzt bin ich wieder ich bin grad ich bin schon runter gesprungen also ach Mensch scheiße ah die brennt jetzt ich brauche mehr die kann man da einfach runterspringen mhm mhm du hast hunger ne dann is ich mal eine Nudelbox ja mach ich jetzt auch oh Nudelbox nimmt äh trinken weg ah ja weil zu trocken oh man schon kombinieren aber wir gehen schon hoch also ich glaube hier ist der ausgang leute sehr cool aber ich geht schlafen hier sind wir also in die richtung weil ich höre schon die fische ich renne mal jetzt mal wenn ich vorgehe nix der baum nix der baum nix in familie auf einmal so ein fettes viege auftauchen ich komme hier nicht hoch was ist da los da geht es hoch ich komme hier nicht hoch muss man jetzt ich gehe den weg entlang ich bin eigentlich so weit weg ja weil der kann er nicht drauf auf die basis dann habe ich genau bei der hängeboot gesagt dass er sich dort verstecken und die hängeboot ist doch ja vielleicht hat er sich versteckt weil die viecher dort ich habe keine ahnung war das schon ewig das ist hier so kommt er nicht hallo hallo so wo ist unsere base ich seh nichts ich seh nichts ich seh nichts ich seh nichts ja hier die brücke ah hallo Brücke dann brauchen wir ein paar Fakten ja wirklich da steht das ganze hessen das ist so duster hier ja ich bin normal für schlafen das ist alles verrottet ja oder was schöne fackel hier gemacht drei von vier ja 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 Hier ist das Schafelzeichen. Ah ja. Was? Schaufel mit? Ah, Schaufel ist dein eigenes Grab. Ah ja, ich seh's schon, ja. Irgendwas ist hier. Ist das eine Luke? Mhm, das ist eine Luke. Das ist eine Luke, ein Eingang ist das. Ja. Ach krass. Ich hab gedacht, da hast du jemanden verbuddelt. Natürlich, die Männer müssen arbeiten hier. Muskelkraft. Ich hab Gleichberechtigung immer noch nicht verstanden. Okay, ich kann schon rein. Maintenance, ey. Der Maintenance Room. Braucht ewig lang, bis er aufmacht. Da ist aber finster. Schon. Ich hab schon mal die Waffe rausgenommen. Nicht, dass da weiß. Da ist bestimmt irgendwer, oder? Da liegt irgendwo aus 9 mm. Oh, let's go. Oh je. Robbo? Ja, das wär Party. Energy Drink. Aber hier ist auch ein Robby. Schau. Vielleicht kann ich dem aufhelfen. Robby! Ja, das sind Babys. Ob die Babys getötet? Ich hoffe, sie sind tot. Ah, einer ist noch hinten in der Ecke links. Ich seh' nichts. Vielleicht war das nicht das Ende. Gibt's irgendwas? Ja noch. Gibt's nichts. Der, dem Raum. Da gibt's und da. Ja, aber sonst. Da gibt's Druckerbar Drohne. Ich will das nicht. Ich will die Musik ausmachen. Geht nicht. Oh je, ich krieg die Musik nicht aus. Man kann der bitte aufhören mit der Schallplatte. Ich will das. Das geht leider nicht. Nee, geht nicht, ne. Hab ich auch schon besucht. Boah, das ist ja übelst creepy hier. Laser Visier. Laser Visier. Da ist ein Ausweis. Hier meine Ausweiskarte bekommen. Ah, hier. Laser Visier, ja. Oh Leute, da liegt eine Red Card. Ah, das heißt wir können jetzt in irgendeinen... Wo ist denn der Red Card? Wartungsschlüsselkarte. Da geht's weiter, da geht's noch ums Eck. Hier ist auch ein Drucker. Hier, Pfeile kannst du drucken. Was gibt's denn sonst noch, oder ist das alles dasselbe? Nee, ist dasselbe wie beim anderen. Warte, wieso kann ich da nicht zugreifen? Bei mir ist das ausgeschalten. Bei mir ist das ausgeschalten. Kann er nicht zugreifen. Bei mir warum? Ich habe einen Heimtrainer. Und Blut. Aber da kann ich speichern. Ah, ich speichern. Ah, ich speichern. Oh. Da ist er immer tot? Oh. Fähnchenbanner. Was ist denn mit dem passiert? Oh je. Ah, der hat sich umgebracht, oder was? Hm. Wo ist das Buch hin? Das hast du eingesammelt? Nee, das Plattencover. Da. Buch ausrüsten. Das Buch, was er gehabt hat. Ist das ausgerüstet? Wie ausrüsten? Ach, du kannst es lesen, oder was? Keine Ahnung. Ich habe es ausgerüstet. Jetzt kann ich nichts mehr machen. Nee. Kann damit gar nichts machen. Ja, man kann es nur umdrehen und inspizieren irgendwie, ne? Ich habe mich auf jeden Fall jetzt umgezogen. Zeichen. Sehr schick. Sehr schick, ja. Sehr schick. Gefällt mir. Boah, die Dusche ist ja geil. Bibi, können wir bitte auch so eine Dusche haben? Hm. Okay. Aber ich kann... Wieso kann ich hier nicht drucken? Wieso kannst ihr hier drucken? Ich habe keine Ahnung. Ich habe den Drucker noch nicht an. Ich muss es nicht ausprobieren, ob ich es kann. Vielleicht... Also ist Tinte drinnen? Ja, 900. Irgendwanns. Also ich kann hier nichts auswählen von dort. Na, oh ja. Mit R tust du es auswählen? Nee, ich kann hier gar nichts. Bei mir ist... Nee, nee. Und du müsstest schon drucken. Nee. Bei mir ist... Du musst nur hingehen und dann... Bei mir ist kein Zeichen für R und so weiter, sag ich gern. Bei mir ist das Zeichen nicht. Soll ich dir Pfeile drucken? Nee, ich schau jetzt... Ob es jetzt geht, wenn... Wenn das jetzt fährt... Ja, jetzt ist es fertig. Und jetzt kann ich auch was machen. Einen Schlitten könnt ihr ja holen. Ja, der ist ja voll teuer, glaub ich. Interarken ist nicht schlecht. So, jetzt wissen wir aber nicht mehr, für was die Red Card war, ne? Oh ja, das war da, wo die... Eis Ding war, ne? Wie heißt's? Ah, der Eiskasten unten war. Das war Red. Das war Blue. Alles Blue. Dann war's bei dem Druck ab. Also, es kann nur eins von den beiden sein, also... Geil. Aber das war doch... Alles, oder? Hm. Oder hatten wir jetzt noch irgendwas zum Graben? Ja, den Typen müssen wir ausgraben, doch. Ja, bei dem X, ne? Bei dem... Also, bei dem... Bei dem Violetten. Bei dem äh... Grab, ja, ja. Ja, dann machen wir das noch. Dann haben wir beide Karten, dann ist egal, wo wir hingehen. Der hat sicher auch ne Karte. Aber voll Ork, dass da eigentlich nicht mehr ist. Ähm, nur ein Drucker. Ein schneller Drucker. Weil der andere ist weiter weg. Oh, sorry. Oh, sorry. Oh, das ist hell. Oh, das ist hell. Na dann, gehen wir zum nächsten, oder? Wo war das? Ähm, beim Lillenden Punkt. Violette, ja. So Richtung Strand. Wo... Der Ding war. Da war ich eh noch nie. Er hat zu dem Grab gemeint. Walter. Der Doppelte ist hinter mir. Hör auf. Hör auf. Hör auf. Nee, 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 den greife er nicht an, der dauert viel zu lange. Da rennen wir. Solange wir können. Der Doppelte, das ist der Wurm. Der Wurm, ja. Die Raupe. Der braucht eine Schrotflinte. Der Saltoschläger. Oder den Revolver. Oder den Revolver. Oh. Oh, was? Noch ein Camp. Oh. Unterlaufen. Oh, nein. Sollten umgehen. Da müssen wir eh nicht hin. Die greifen sich gegenseitig an. Ja, wirklich? Die greifen gegeneinander. Oh, das ist sehr gut. Ja, Mutanten gegen. Nein, das ist ein Mutant. Oh, komm, 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 komm. DJ. Oh, komm. Wo muss ich hin? Also in Notfall springen wir einfach ins Wasser, weil... Hä? Wo seid ihr? Nein, die sterben nicht. Wie die sterben nicht? Die gehen nicht ins Wasser. Also der Mutant weiß ich nicht. Aber die Eingeborenen ins Wasser wuscht. Und die Babys. Die Achse ist besser. Er ist tot. Mit den Dingen habe ich ausprobiert schon. Mit den Babys, die wenn die ins Wasser fallen, schieben wir uns raus. Oh. Und manche Mutanten, die... Auf dem Weg gehen Eingeborene. Der beobachtet uns jetzt. Ja, einfach weitergehen. R&D weg. Das sind ganz schön viele jetzt hier unterwegs. Wir könnten schauen beim grünen Punkt und mal da reinkommen wir jetzt mit der Card. Ja, ich würd sagen wir schauen uns erst zum anderen Punkt hin. Ne, nein, wir gehen jetzt da hin. Wir sind ja schon daneben. Zur Machete, meinst? Mhm. Dann zum violetten Punkt, wenn wir wirklich eine Card finden sollten. Oh Gott. Da fassen wir auf. Da durch... Oh, ich dachte, das bist du. Das bist du gar nicht. Du hast ja gar keinen Fleischanzug an. Oww. Au. Da oben ist noch einer, aber der macht erst mal nichts. Ne, der kommt. Wir gehen. Tschüüü. Das ist ja noch einer. Was macht der? Schau mal, der tanzt. Ja, darum gehen wir. Das ist nicht ganz dicht. Den... Rechts neben dir kommt noch einer. Ahhhh. Bei dir, hinter dir. Und dein Büsch ist noch einer. Renn, 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 renn. Aber warum tanzt der? auf dem ganzen weg hier ja dann gehen wir hier kommt nicht stehen bleiben jetzt immer am strand ist es richtig er weiß es hat im internet nachgeschaut alles nachschauen hast du die machete jetzt oder das ist aber nicht wo das kleine rote schiffchen ist wir haben die axt angeschaut und jeder da liegt irgendwas am strand das ist das alter wie geht es denn das ist der haus ich bin ja ich weiß warum gehst du auf den typen der macht zwei schläger du bist tot keine keine keinen schutz hast bist du in zentot ich glaube da liegen haie oder sowas mal ein streng dessen wahl da schaut eine hand raus das sind die wir sie da gestern erschossen habt beim boot ne ich hab den weißen hall angeschossen nein das waren schon die da hat er es rausgetrieben ach so jetzt hat es die killer verdammt ah da ist ein camp dahin ich sehe es hier ist sie steckt im schiff ein bildchen was die machete die machete habe ich die jetzt auch ja die machete na das ist ja die kleine das ist ja so ne kleine machete ja mhm aber vielleicht macht die ja wunsch hier gibts schrottflintenmunition schrottflintenaufsatz hat der typ beide tabletten her damit die besten freunde so und hättest du diesen violetten Punkt da gehst die machete die schwächer ist die axt wirklich also ich weiß nicht was was grün ist aber vielleicht ist sie schneller warte mal ich weiß nicht was das grüne ist kommt schon das ist sicher so Geschwindigkeit ist auf jeden fall schnell ja aber warte kurz ich mach mal eben dieses laser dingen was hieß das laser? wir haben so einen laseraufsatz gekriegt für die Pistel stimmt so ein laservisier ja ich sehe es grad ist cool ist cool ah cool ja ich brauch die noch eine ja die ist ultra schnell also die machete hier die das kleine das kleine busch messer kukri 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 hübsch kikri k Salvador ist diese nahe kampfwaffen sind ziemlich unnötig da geht irgendwas da vorne vorsicht muss eigentlich unsere freundin gibt es ja hier rechts haben wir ein ding wir schlafen kurz die art gibt es noch aber wir haben sie jetzt länger nicht mal gesehen 18 uhr ist jetzt schon ich kann mir einfach schnell schlafen ich will ihn nicht sehen das ist immer noch da shit das habe ich immer gemacht ich muss irgendwo in sicherheit was trinken ja durch okay noch nicht ich habe nach der rente ich hinterher okay dann mache ich jetzt hier pause trinken da kommt ja ich bin noch in der links ich muss raus ich habe extra dachte ich stelle mich davor aber er ist auf dich gar nicht weil ich mich gebückt habe da liegt einer stoff und noch irgendwas die haben richtig freigang heute oder wegen wegen den fetzen wenn es geht dass man die natürlich geht auf mich die ist ultra schnell die ist ja richtig cool stark auf jeden fall ja ja super ich mache unbedingt mal jemand nehmann hat jeder schluss das schon also wir sind schon ich habe keine worte dafür ja marcus mit dem anzug ich mache es einen auf den feinen super anzug Ich kann auch den nehmen, warte, warte, genau, das hier nehmen, den Kapuzenpullover. Ja, der ist sehr schick. Da ist Stoff. Oh! Sorry. Oh nein, genau, in dem Augenblick. Warte, 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 hier kann man, hier kann man... Graben, oder? Ich bin den Toten, ich bin den Totengräber hier. Warte mal, wie kann ich die... Oh, oh. Warte mal. Muss ich die einfach auswählen? Hm. Und dann? Aha. Dann, dort wird das Zeichen. Ach so, dann kann ich auch so laufen, okay, alles klar. Ich buddl eine Kiste aus. Ach so, ich buddl ganz falsch. Aber eine Kiste ist offen. Seil, äh, Seil und so weiter. Ach, ist ja krass. Das ist ja saucool gemacht. Also ich meine, es ist schon eklig, dass wir die ausbuddeln, ja. Also, das ist schon... Aber die Idee ist schon, cool. Ah ja, wenn ihr einmal G drückt, nimmt sie wieder diese, in die Art, was ich vorhin habe. Und dann kommt das ein bisschen. Hm. Nice. Oh. Ah, es sind irgendwo Viecher. Aber weißt du das? Wo siehst du das? Irgendwas hab ich gehört. Gehört? Okay. Ich hab nix gehört. Ich hab aber auch nix gehört. Ich bin beschäftigt. Aber was ist das da hinten? Mit der Natur. Boote. Boote, Boote, Boote. Oh, ein Lager. Das ist ein Kajak. Chitring. Ja, wirklich, das sind Kajaks. Crunchies. Hier ist ein Anzug. Tarnanzug. Uh. Hab ich den an? Muss ich. Ich muss den anhaben. Tuxedo. Wo ist der Tarnanzug? Im Schiffchen da unten drinnen. Taktische. Ne, ich mein, wo kann man den anziehen? Ich glaub, den haben wir dann an, weil ich hab, ich find den auch nicht. Hab ich ihn an? Warte mal, du hast ihn. Ne, du hast ihn auch nicht an. Oder ist das nur die Hose gewesen, kann das sein? Also ich seh da nix von Tarnanzug, was man da anziehen kann. Vielleicht auf der anderen Seite? Ne, das sind Platte. Vielleicht ist der so getarn, dass man die nicht sieht. Ja, wirklich. Ja, das kann sein. Tarn, Neoprenanzug. Tuxedo und taktische Jacke. Okay, wenn ich... Ich kann die nicht tragen, wieso nicht? Dann hab ich... Hä? Du hast sie eh an. Wir hatten bis jetzt noch keine. Ich hab aber hier gerade was aufgehoben. Ja, nein. Wir hatten nur die Standardhose an. Ja. Und jetzt hast du deinen eigenen Skinneranzug. Ach so. Du hast sie eh an. Okay. I don't know. Tja. Weil ich hab irgendwas. Du hast dein Fleischanzug, darum siehst du es nicht. Ich seh sowieso nicht an mir. An mir sehe ich gar nichts, außer Machete. Machete. Aber wenn du ins Menü gehst, dass du dir die Tasche öffnest, kannst du dich hier selber betrachten. Wie hier, Clif? Ja, kannst du die Kamera hin und her drehen. Also den Bulli siehst du nicht, aber deine Füße. Ach so. Das ist uninteressant. Ich will nicht die Füße sehen, ich will mich sehen. Ich brauch einen Spiegel. Ich habe einen Spiegel. Ja, das stimmt. Oh mein ganzer Fisch ist kaputt. Hmm, da war schon wieder wegkarrt. Ja, die gibt's noch der da. Oh, da ist ein Typ. Äh, da sind ganz viele. Da ist noch einer, ja. Ja, da sind mehrere. Ich nehm den da. Der Block? Ja, mit der Machete kann ich nicht umgehen, Kollege. Was ist noch einer? Deiner. 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 Da ist noch einer. Bei mir. Der Baum auch. Au, au, au. Der will aber nicht runterkommen. Warte, ich höre dir. Oh! Der hat halt Fleisch anzuwenden. Sie ist auf jeden Fall schwächer als die Axt. Das ist was man merkt, aber sie sind schnell halt. Sie ist schneller und deswegen macht die mehr Bums. Ja, das haben wir ja schön gemacht. Da rennt einer weg. Der holt Hilfe. Vielleicht sollten wir gehen. Diese Vögel kann man gar nicht ausnehmen, ne, oder? Ne, Vögel nicht. Außer die Großen. Die Großen, okay. Die Enten und die Möwen. Die sind wieder, äh, zum Graben. Jawoll. Oh, shit. So. Ich nehm den da. Das ist jetzt nur so Draht und so weiter. Muss man das kaputt machen? Na ja. Ja. Das ist ein Grab. Das kann man kaputt machen. Ich nehm den da. Ich nehm den da... Ich nehm den da. Es sind alles geklärt, nicht. Und ich aus der Fall. Und ich möchte den da passieren. Ich meine den da. Ja. Und ich habe das gerne gespelt. Ich bin ja noch mal noch mit der Geist. Jaja, die Hände. Die Hände. Aus diesem prophets. ich bin der übelste meister und ich kann aber nicht ich hab schon wieder irgendein bug dass ich mein maxa nicht ich weiß nicht wo du bist ist er jetzt hin oder nicht stirbt also ich kann schon aber ich kann du läufst auch nicht wie schaffst du das die ganze zeit dass du das so was drückst du die ganze zeit dass das da kommt noch einer am weg ich bin ja ist kein problem die weint jetzt geht's geht wieder ja ok dann gehen wir ist er das Welches Atem ist man? Hier? Tja, das ist die Frage, ne? Ja, hier. Shotgun! Oh Gott. Geil. Und ein Peilsender. Übrigens, den Peilsender kann man an so Stöcken dran machen, dann kann man sich die Höhlen markieren oder wie auch immer. Oder irgendwelche Stöcken. Ah, da ist schon wieder einer. Ähm, der holt Hilfe. Wir sollten gehen. Oh, let's go. Wo ist denn die Schudi? Ja, da ist ne Frau. Wo liegt die wirklich? Ja, wo liegt die Schudi? Die ist im Grab? Nein, nein, ich mein im Inventor. Also links oben, links oben, links oben. Unter dem Seildingen. Links oben im großen Koffer. Im orangenen Koffer ist die. Nein. Jetzt ist da schon wieder einer! Oh! Oh Gott. Wie viele? Ich muss mich wieder heilen. Es sind tausende hier. Ja, wir gehen. Aber die Schudi I like. Du sprengst gleich den ganzen Korb weg. Hast du geschossen? Ja. Ich hab nichts gehört. Macht nichts. Macht nichts. Auch nicht. Geh... Da. Ja, aber wenn ich nicht schrot aufsatz. Ah, meule. Ist wieder einer da? Ja. Ja, das ist keine Schuss. Der ist geflogen, eul. Bist du teppert? Bist du teppert? Im Winter ist wieder einer, oder? ja voll der sitzt am stern da kommen mehrere und wir gehen besser hatten wir nicht einen aufsatz für die schrottflinte das war das licht für die ja ich glaube wir haben ja ich hoffe hinten aufsatz ich sag ja ich glaube das ist lauf lauf ja aus leder kann man schutz wieder machen nur mit der schule kann es auf jeden fall gut jagen gehen glaube ich mit der munition ist halt blöd sehr rar spawnt die nicht bei uns schrottflinte nicht das ist schade kürzbogen also wenn ich schlecht sowas überhaupt gibt schau mal ob wir mit der idee reinkommen aber wir haben nur eine karte ist das jetzt die idee oder die andere wir werden sehen ich schau mal rein ich weiß auch nicht welche hülle das ist mit dem gefrierdings mit dem lager unten das gefrierlager die waffe ist super auf einmal die taschenlampe die waffe waffe ist super die gibt super licht oh gott man immer das gleiche die fledermäuse ja naja gibt's speckstücke es ist super so in momente ich muss was trinken ja ich bin drin ja ich bin drin ist er da hier krabbelt auf jeden fall irgendwas ja hier ist die erste und hier ist die zweite ach da hinten war die na bollst gehen wir zu den Babys ach das ist ja cool na ich will das treffe ich sie nicht ich kann nicht mehr rechtsklick halten ich treffe nicht mal mit rechtsklick salate ist ja cool hier hast du eine waffe welche waffe armbrust okay das ist super also das ist ja das ist meine waffe hier sind feile im in der wand hier haben wir da keine mehr tragen ob ich darf einfach nicht fehlen robbys einfach überall überall schießen noch mehr pfale brauchen das heißt wir sollen das benutzen kann es ich hab's gesehen ich hab's gesehen ich hab keine tabletten mehr man der erschreckt mich ich hab's gesehen Energie da in der Dose Energie ist gut Energie nimm mal mit hier ist nichts da ist Essen und Batterien Patronen das Wasser 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 das wird tauchen oh ne wir können nicht kämpfen oje was denn hier passiert lang können die plus sie mäßig ich hoffe ich will keinen stromschlag kriegen groß das alles ist hier vor allen dingen warum haben die das alles so unterirdisch angebaut wir haben doch eine ganze insel da oben da ist eine leichte davon 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 alles versteckt oben sitzt der radar da ist eine tür mhm hier kann man auf jeden fall weiter da geht's auch weiter nach oben in der kommando zentrale die werden sterben die verwandeln sich das sind menschen gewesen die verwandeln sich wo seid ihr denn hin da die stufen aber das waren normale menschen die haben sich einfach verwandelt da ist eine karte wir haben eine gelbe jetzt ja ja ich seh ne was da am tisch liegt eine gelbe hier aber warum haben die sich verwandelt keine ahnung aber es sind auf jeden fall menschen die wir die ganze zeit eigentlich töten naja das ist so wie ein walking dead das ist man kann halt nicht anders man muss sich verteidigen vielleicht kommen mit der neuen die kommen jetzt da du ich dann sicher nein ich traut jetzt habe ich es gegessen ok der roth flinken aufsatz der ist einfach genau dasselbe was wir vorher schon gefunden haben ja mit der gelben id kommt man da ran oh das ist der raum den wir gesehen haben im video oder wie sind die tot da liegt so lange schon die sind alle hin die sind alle tot oder aber schau die sitzen einfach da beim essen und haben sich dann verwandelt oder wie kleid hier ist ein kleid oh ja das will ich das kleid gibt es nicht wo der fuck ist nicht da ne wirklich vielleicht gibt es noch einen weiblichen charakter und vielleicht gibt es noch einen weiblichen charakter und man kann das tragen aber auf den tisch hier gibt es essen ist ja krass ne die haben auch einfach keine augen mehr das klingt nur Speckstücke aber da geht es gar nicht weiter hallo am hier geht's raus das ist mir zu dunkel und ich komme nicht mehr hoch soll ich dich erlösen nein ich schaff das schon okay ich rüste mal mit meinem neoprenanzug an und mein tauchanzug tauchanzug let's go ich weiß aber nicht wo ich hin muss hier ist eine hülle ist eine hülle warte 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 naja so warte ich will jetzt mal dieses dieses jahr ausprobieren was das kreuz war ich das hast du gemacht ich will sie ja gar nicht das bleibt nicht anders da poltert doch was oder naja da rutschen wir jetzt wieder runter naja wir müssen springen was naja soll ich mal meinen anzug auszielen naja rein anzug hilfe naja wer sinkt denn da die tote stirb ich hab da hinten ist eine tür oder irgendwas oder wer schiebt denn da ausgang ist hier ach ja sehr gut ach ja sehr gut okay das war wer schreit denn da auf jeden fall ach schau hier ist auch einer rausgekommen aber der hat nicht lange gelebt ja aber schau dir die augen an das ist schon böse so wir haben also nehmen mit der gelben karte sind wir da oben reingekommen wir haben auf jeden fall die zwei punkte wie möglich alles hier in dem bereich gemacht wo war die andere karte ich weiß es nicht mit dem drucker das oder was der drucker da waren wir wir waren im lager da sind ja vom lager dadurch hier rein hier raus warum weint die natürlich sie ist mir zu nahe gekommen verstehe ja wohin da dir auch noch ohne 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 ich habe geschossen mit dem die mit meinem teil wieder denke ich mir ne wo ist mein pfeil hab gestoßen ich habe keine ahnung wie es zu diesem anderen geht mit dem k also zu dem drucker karten wo war der noch schneller drucker hier bleibt uns ja nicht viel möglich wir waren jetzt da drinnen da vorne waren wir drinnen das ist der drucker oder das ist da 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 das erste lager also wenn da der typ davor ist das noch ein typ so ich muss immer nachspannen ok ich verstehe ja aber ist doch nicht so stark dort waren wir gerade wo wir gerade waren wir gerade wenn da der typ mit dem caddy davor ist dann ist das kühl raus der mit den roten augen hier sind ganz viele gräber wir können jetzt eigentlich nur noch in die nächsten höhlen aber wir brauchen nee nee wir brauchen noch das wo der drucker ist aber wo war das das ist ja doch dahinten oder das war ja doch das letzte dahinten dann aber das letzte war das was wir jetzt freigraben haben wo wir Karte bekommen haben so am weitesten weg ist na das letzte ist das bei dem haus symbol da ganz rechts jetzt das ist der caddy das ist das lager wirklich ja wir müssen jetzt zum haus symbol das letzte was wir eigentlich noch haben zum haus ja so richtung lager aber halt warum ist überhaupt dein haus heute ich weiß es nicht vielleicht unser letzter speicher ne ne was du wirst du aber das haben wir jetzt mal bekommen das schon länger weiß nicht ich schaue nicht einmal auf die karte aber ich würde hier gerne im süßwasser noch mal alles auffrischen wie hast du das wort wo ist der pfeil jetzt hin einen erfolg viel um den herum war da ist ein dorf jetzt wird es immer mehr weiter wir kommen das so 1 vorbeamendorf wird er uns nicht verfolgen da links ist einer jetzt richtig party haben einen gefestelt die interessieren die nicht einmal so ist eine kiste eine leiterplatte zwei leiterplatten der gelbe rennt uns die ganze zeit nach wirklich unter dem das anfix hat er am klassisch raus was auch da draußen ein eingeborener das ist ein hund gesagt ich habe auch an der gleichen stelle das ist ein server wir sind schon wieder im herbst übrigens noch ein paar tage dann kommt der winter einer mag den winter hier gibt es werden röscher hier gibt es aloe vera was ist das für ein camp hier das haben wir gebaut das ist unser unser zelt was sie gebaut haben das kann man mitnehmen wieder wir sollten mal speichern was also nicht speichern sondern schlafen ja schlafen fleisch will energy trink sich ab alter der ist dahinter den stein und versteckt sich vor uns er ist voll gut gerüstet also gepanzert schlagst du nicht gegenseitig so wisst ihr jetzt wohin gut gut ich glaube gut 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 ich bin gut gut dass was war das? Ist der Hund wieder herin? Ne, ich glaub nich. Aber er kann das... Noodle sip. Brav, ist ein guter Bub. Der ist so brav. Na wirklich. Der Pfiff und der ist da, ja. Ja, immer besser ne? Ja. Der will dann letzte Runde gehen. Muss noch vorher ein paar Mal sterben haben. Das geht eh schnell. Hm. Ah, mit den Endtagen kann man sich das Seilrutschenseil machen. Okay. Gut zu wissen. Die Frage wo der Endtagen ist. Geht die Tür auf? Ich weiß nicht. Ich hör da irgendwas. Ich trau mich nicht das aufzumachen. Ich bin schon da. Raum? Ne, ne, da. Ich glaub da läuft irgendwas. Oh ja, sie geht auf. Ehrlich, Eule. Mit welcher... Mit welcher Karte hast du das jetzt aufgemacht? Ich... Ich glaub die gelbe war es tatsächlich. Ah ja. Tatsächlich. Trainingsraum. Ah ja. Zack. Da hinten. Ach, der ist einfach auf dem Fahrrad gestorben. Sport ist Mord. Ich sag's schon immer. Sport ist Mord. Der ist erschlagen worden mit den Trainingsgeräten. Ja, aber das ist krass. Also manche sind halt mutiert und andere sind halt einfach kaputt gegangen. Oder wie? Den hat's ja ausgeblutet, oder was? Oh je, das ist echt. Das ist kein Geld. Das sind auf jeden Fall Viecher. Ach du heiliger. Da geht's weiter. Ja, aber warte, warte, da. Ja, ja. Also... Auf der Bank da hinten ist Kleingeld. Also... Na gut, ich bin dann auf die Schuhe, die glaub ich. Hör da! Stirb doch! Gibt's doch nicht. Oh mein Gott. Oh jee. Oh, es gibt's ja Medikamenten. So, also wir haben zwei Wege, oder wie, die wir gehen könnten. Oder was? Da war die auch. Da hinten auch, ne? Hm? Beim Eingang hätten wir auch noch einmal was zum Schienen. Das ist ein Spa! Schau! Die hat's einfach... Wegen der Badewanne. Ach ne... Ah! Das ist der Radio. Ach... Hier ist alles Blut. Ich... No... Ah, da hinten ist so'n... Zwilling. Schlafanzug! Jawohl! Schlafanzug? Ich muss den Schlafanzug gefunden. Ja, das ist bei irgendeiner Badewanne. Alter, wie groß ist'n das schon wieder? Ja, das ist krass. Okay, da sind Viecher. Ich hab mich schon verlaufen, irgendwie. Ja, irgendwie seh' ich dich auch gar nicht, äh Doktor. Ich glaube, ich bin die Runde. Da kommt schon ein Viecher. Ah, genau zu dir! War... Ich geh schon hin. Das ist ja wie so ne Muschel, die Dinger. Was ist das? Ah! Oh nein, ich hab' keine Muni mehr. Oh nein... Oh... Da geht's hoch. Da frag mich aus, auf der anderen Seite ist. Ey, da krabbelt einer die Scheiben hoch. Da! Wo? Außen. Schau mal. Seht ihr den? Ich seh nix. Nö, ich seh nix. Oh Gott, das ist ja eklisch. Ich weiß halt nicht, was auf der anderen Seite ist. Weil da gab's ja zwei Wege. Warte, geh mal da jetzt mal weiter. Boah, das kein Weg ist, das eindütig ist, wenn wir zurückgehen können. Ich komm mich direkt hoch. Boah, das ist aber schön hier. Kann ich den da reinschieben? Oh ja! Kann ich mich da raufsetzen? Nein. Okay, komm ich wieder raus? Oh ja. Kann ich das da reinschieben? Ah, ich weiß, was mit ner Karte. Blaue Karte. Boah, ich mach dir die auf Viech. Und nicht nur eins. Kann ich wieder zumachen? Ich komme. Na, dann mach mal, bevor du irgendwas aufmachen, geh mal lieber dort, wo man nicht aufmachen müssen. Gitarre. Leute, hier gibt's ne Gitarre. Let's go, warte mal. Ah ja, cool. Gitarre collected. Was möchtest du trinken? Nix mehr? Gut. Nix mehr. Das ist... Das ist... Das kann ich schlagen. Ah, das ist auch ne blaue Karte. Er hat die Gitarre im... Gefressen. Ja, aber der hat Geld dafür gekriegt, schau. Was ist das? Meins, meins, meins. Nö, meins. Meins. Okay, was? Wow. Da ist auch noch viel Geld. Also, die sind, äh... Da sind die Reichen gewesen. Ja, die sind keine Ahnung. Ja, das ist ein Raum, ich habe hier aufgemacht mit der, äh, mit der Karte. Aber hier geht's auch noch weiter. Ich hab' vergessen. Hier ist ein Nightclub. Flintengeschosse. Schrotkugeln. Hier sind Schrotkugeln und Flintengeschosse, Leute. Die liegt offen. Gäste, Schlüsselkarte. Ich habe eine Karte gefunden. Komm mal zu mir. Ja. Ich hab' Tabletten gehört. Arnold, Grant. Und... Wir sind Tabletten. Wir sind Tabletten. Da, ich sollte mal irgendwas drauf machen. So voll. Gar gar keine Dinger überhaupt. Da, auf dem Tisch, liegt die Karte. Ah, die Lerne, ja. Ganz wichtig, die... Und hier geht's nicht weiter. Das ist zugeschoben. Ist auf jeden Fall ein Zettel? Ja. Ja. Zu geschoben, da kommt man nicht weiter. Okay. Die Schrotflint-Munition und so weiter habt ihr euch geholt? Ich glaub' ich hab' alles, ich bin mir aber nicht sicher. Da drinnen? Den? Achso, ne, jeweils nicht. Da müssen viel mehr Drogen sein, wenn das die Reichen sind. Sollen das? Leg' noch über Tabletten. Today was a good day. Na ja, weiß ich nicht, ob das auch gut war. Die Tabletten sind doch nicht link. Jede Menge Druckerpatronen, ne? Es gibt doch. Wer? Wo, wo, was? Wann? Das hört sich schon wieder auf. Ja. Ja. Ohhhh. Ich sehe nichts an meinem Helden. Immer Kopfschuss. Gut. Das sind Babys, da rechts, auf jeden Fall. E-Mail. Da entlang. Stippst du oder stippst du nicht? Da nicht. Wie viel hat der aus? Okay, jetzt hab' ich ge- Oh no! Was? Ich hab' keine MMO mehr. Babys. Kettensäge. Hier ist die Kettensäge. Cool. Damit könnt ihr dann die Bäume viel besser wegfetzen. Ah, da hat einer schon geschossen. Da hat der Pfeile. Hm. Ja, ein bisschen geschossen. Ah ja. Der bobbelt da hinten immer noch durch die Gegend. Wo ist die Kettensäge? Aber hier ist sonst nix, ne? Die ist im Körper drinnen, wenn du die noch nicht hast, hier. Wo ist die? Na, ich mein, wo ist die? Ach so. Im Koffer. Okay, das ist aber Sackgasse hier, ne? Hier kommt man nicht weiter. Hm. Na, da draußen war jetzt noch eine Tür irgendwo da. Ja. Da ist die Tür. Ich mach' die Babys jetzt auf mit der Kettensäge. Let's go. Wirklich? Oh je. Ja, ich hab' sie aufgemacht. Ist ja von klein, die Kettensäge. Das ist so. Ist ja so. Oh, ähm. Das ist ne kleine Handsäge. Ich glaub' wir sollten noch mal zurückgehen, weil wir haben ja noch den anderen Weg gehabt. Geht's? Geht's? Geht's noch irgendwo hin? Ich glaub' da verlassen wir das ganze schon. Ja. Hab' ich das manchmal vergessen da dann in der Höhle. Ich fühl mich ganz entspannt mit der Musik. Ja. Da laufen sie schon wieder. Ja, ja, ja. Einer. Ja, ich sech' ja. Wir haben sie aufgewirkt, oder? Keine Ahnung. Ja. Oder vergessen. Ich bin da eh nicht mehr raus. Warte. Durch den Trainingsraum geradeaus durch. Ja, ja. Aber. Hier ist überall diese schleimig Spur. Ich nehm' mal den Ball mit. Das ist sicher das riesen Vieh, was wir mal gesehen haben. Hier sind Babys. Babys. Ne, wir haben hier nur diesen schleim. Ne, das sagt Gasse hier. Das heißt hier war nichts. Ich weiß nicht. Ich hör's hier brummen. Ich glaub' das war überhaupt nichts hier. Ne. Also wieder zurück. Na gut zu wissen. Ja. Ich muss das mal. Ja. Nicht da. Hoch zur Hölle. Ah, ich hab' glaub' das drin. Da waren wir ja. Sieh' mal kommen. Ah, Momo, was tust du? Ah, der ist sauer. Ah, Bolli, was los? Ja, da will ich gehen. Ach, Amo, Baby, gleich. Hm, gleich. Da war's drin. Ach so. Hm, ich dachte ich nehm' nochmal nen Drink. Hm. 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 Wuhh. Guck mal. Okay. Bui. Wuhh. Wuhh. Ahhh. Bihbish. Schon wieder zwei Wege. Zwei Wege? Zwei Wege. Ja, dann nehmen wir erstmal, ich geh mal hier rum. Hier geht's nach oben. Oh, lol. Hallo. Okay. Selber Weg. Ja. Ja. Och, ne. Ah, hier geht's raus. Okay. Ist nix mehr. Ist eigentlich nur noch das Ende. Na, alter, was ist da draus? Natürlich wieder Viecher. Nix dabei, aber... Ja, die schreien immer. Ich weiß nicht, warum die immer schreien müssen. Okay. Kevin ist hier. In der Nähe. Oder ist das unser... Ne, unser Ding ist das nicht. Weißt du mal jetzt? Zurück zur Base, oder... Geh mal kurz zurück zur Base, und dann geh mal weiter... Achtung! Sind sie wieder? Oh. Nicht, dass wir alle auf'n Haufen kämpfen. Gut. Ich renne euch hinterher. Ah, Vetter. Vetter kommt. Achtung! Oh no. Bauchklatscher. Ja. Ja, die... Die starke Axt, wenn man die auflädt, ist die immer noch stärker, glaube ich. Ah, das stimmt. Okay. Äh... Base war... Die Richtung. Und dann können wir in diese Eishöhle, oder diese... Höhle, wo... Am... Großen See. Riesengroßen See. Ja, da gibt's noch einen, der ist noch größer. Da rechts oben. Oder... Wo die Höhle ist. Jetzt haben wir drei Key... äh... Key Cards. Mhm. Ich freu mich, wie viele wir brauchen... weiterzukommen. Ich hab' keine Ahnung, wo wir überhaupt jetzt noch hin müssen, weil das... Es gibt ja noch ein paar... Es gibt ja noch ein paar... Es gibt ja noch ein paar... Drei Höhlen sind hier vorne. Zwei Höhlen sind hier am Berg noch. Und es gibt noch fünf Höhlen insgesamt da, mindestens. Die wir noch nicht besucht haben? Ein grüner Punkt gibt's noch, den wir nicht besucht haben. Ah. Hinterm Berg gibt's ja auch noch die Ursachen. Zeig ich ja. Deswegen, wir haben noch einiges. Ja, sehr cool. Ja. Ja. Musik Musik Musik